Pfiffner, ein Mitglied der FFG Fairfriend Group, ist zusammen mit den Partnern IMAZ und Witzig & Frank, der weltweit führende Hersteller von Rundtagmaschinen. Wir waren überzeugt von den enormen technischen Möglichkeiten, die uns die neue Bosch MTX-Steuerung sozusagen maßgeschneidert für unsere Maschinen bietet. Der daraus resultierende Kundennutzen wie schnellere Zykluszeiten, massive Platzeinsparungen im Schaltschrankbau und ganz wichtig, merkliche Kostenvorteile wurden in der Umsetzung bestätigt. Die Bosch Rexroth Intermat Motion MTX Advance mit bis zu 250 Achsen macht dies in einfacher Weise möglich. Wieder in enger Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth haben wir jüngst für unsere Maschinen eine maßgeschneidere Lösung für Industrie 4.0 Anwendungen geschafft. Der neu entwickelte Data Analytics Server, abgekürzt DAS, erlaubt dabei die einfache Erfassung und übersichtliche Darstellung der OEE-Daten. Dabei stehen im Vordergrund die häufigsten und signifikantesten Diagnosemeldungen auszuwerten, einfache Fehler zu erkennen und nachhaltig Störungsabhilfe zu schaffen. Mit dieser Lösung können wir auch an Bestandsmaschinen einen Zugang zur digitalen Welt der Zukunft schaffen. Bosch Rexroth erweist sich auch hier als unser Partner für fortschrittliche Industrie 4.0 Lösungen.